Oha! Wollen wir den machen? Was heißt wollen wir den machen? Wir müssen den machen. Also los! Ja, Luigi. Ähm. Ich habe drei Minuten Zeit. Die 100 Lila Mitten auf Luigi zu sammeln. Und hab schon verkackt, oder? Wow! Wow! Nein! WTF? Wie soll das denn alles hier funktionieren? So, das könnte jetzt wirklich echt ein bisschen anstrengend werden, oder? Könnte ein bisschen fordernd werden gerade? Ach, das wollte ich doch nicht. WTF, woher auch hinspringt, man! Hey, WTF, man! Wie soll das denn funktionieren? Absolut schwer. Wie er springt? Ja, das kann ich doch wieder vergessen. Hey, WTF, man! Hey, WTF, man! Wie soll man... Wie soll man... Ne, nein, nein, bitte nicht. Wie soll man denn hier eine vernünftige Strategie rausfinden, Mann? Hey, das kann nicht sein! Hey, das kann nicht sein! Da, WTF, man! Ach, ich hab keine Lust mehr! Hey, was ist das? Ich werde das niemals schaffen! Da ich keine Ahnung habe, wie ich hier das machen soll... Ich muss ja wieder zurückspringen, also... Absolut ätzend! Wir... Nee... Hahaha... Gehen wir erstmal nach hinten! Nein, komm, war nicht diesen! Hey, absolut lächerlich, habt ihr das gesehen? Wie ich doch auf der Plattform stand und er runtergeglitscht ist oder so... Auf jeden Fall ist er runtergerutscht, wie auch immer er das geschafft hat... Ach, er springt schief! Kann man gleich vergessen! Schief springen gleich scheiße! Gleich kann man vergessen! Kann man auch wieder vergessen, oder? WTF, ist das lächerlich! Aber die Kamera ist auch wieder absolut scheiße in diesem Level! Darf ich so... Juhu, 10 habe ich schon mal! Ich glaube, die Grünen kommen auch nicht mehr wieder, ne, und die Gelben hören glaube ich auch nicht auf zu drehen! Kann mich natürlich auch täuschen, aber ich glaube nicht! Man hat eigentlich genug Zeit, deswegen kann ich das so machen! Ganz ruhig! Und langsam! Ist ja egal, ob ich das jetzt schaffe oder nicht, aber... Ich würde schon sagen... Oh Gott, nein! Ja, haha! Lustig, echt! Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll! Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll! Nee, Mann, einfach nur nein! Ich habe mir gerade mal was dazu angeguckt und der Typ war absolut schlecht! Und ja, der hat halt so viele Münzen verpasst! Und da dachte ich mir, es gibt in diesem Level ernsthaft mehr Münzen? Kein Wunder! Dann ist das Level wahrscheinlich total einfach! Hier kann man sich auch mal diesen Sprung erlauben, wo man absolut viele verpasst! Ich meine, es gibt ja 50 mehr! Und ich bin da gerade auf jeden Fall nicht an 50 vorbeigesprungen! Waren zwar schon viele, aber... Das war doch mal da! Oh, ha! Nein, mach nicht diesen Move! Oh, shit! Absolut schräg gesprungen! Eigentlich brauche ich die Reihe noch, oder? Ah, nichts weniger wahrscheinlich! Wow, wie einfach das Level sein kann, wenn man weiß, dass man gar nicht alle Münzen braucht! Ist halt echt unfassbar, oder? Mann ey! Ich dachte, ich brauche halt alle! Da habe ich 95 Sterne! Da habe ich 95 Sterne! Komet und so! Eigentlich muss ich den jetzt noch holen! Und dann sind wir ja eigentlich so gut wie fertig! So, ich habe eben noch was getrunken! Vielleicht tut das meinen Halsschmerzen auch nochmal ganz gut! Ja, was? Mein Halsschmerzen sage ich schon! Mein Halsschmerzen! Halsschmerzen hatte ich auch! Aber die sind eigentlich schon arg! Eigentlich sind sie schon ganz weg! Schmerzt halt noch der Husten! Schmerzt halt noch der Husten! Und so! Ach, wieso hätte das nicht einmal klopfen können! Hä? Das hat eben so auch nicht funktioniert! Wieso funktioniert das jetzt so? So! Da ist noch einer! Jetzt haben wir drei! So! So! Jetzt weiß ich tatsächlich gar nicht mehr! Konnte ich da rein? Oder wo muss... Was musste ich hier machen? Da kriegen wir den... Krieg ich den mit dem auch? Ach, als ob, ne? Ich sehe mich halt nicht! Kamera! Macher! Dreh dich! Dreh dich! Ach, Mann! Was soll ich damit denn? Machen! 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 Machen!